So, guten Abend. Ja, wir befinden uns hier wieder im Hardcore-Modus. Ja, ich will einfach mal heute ein bisschen rausgehen in die Natur. Wir haben noch eine Steinachs, eine Schaufel. Okay, könnte vielleicht gut gehen. Wom haben wir eigentlich so viel Holz hier dabei? Moment, ich muss mal irgendwie... Wom habe ich denn eigentlich so viel Holz dabei? So gute Frage, ne? Wollte ich irgendwas Holziges hier oben bauen? Ah, wir wollten... Ja, ich weiß, ich weiß. Ich entsinne mich. Wir wollten hier oben... Warte mal, lass mich mal schauen. Ah ja, wir wollten hier die Villa bauen, Holz und so weiter und so fort. Also, ich war jetzt einfach mal... Hm, naja, das ist egal. Jetzt ist... Ich tue erstmal runtergehen. Wir wollten eigentlich heute mal ein bisschen rumgehen. Hallo, bisschen die Treppe runtergehen. So... Findet diesen Eingang hier... Na, also, was ist denn jetzt? Der ist ja manchmal, gell? Jetzt... Ich werde mal das Holz ablegen wieder, weil... Ich glaube, das ist jetzt nicht so gut, wenn ich jetzt hier rumlaufe. Und... Und... Ah, kommt Platz mehr... Ich kann Platz mehr... Ich kann Platz mehr... Hm, ja, wohne... Da hab ich nicht drei Kisten hier? Ah, ne, zwei... Na, da lege ich einfach Holz hier oben, würde ich sagen. Ne, hier oben rein, ganz spontan. Zack, 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 zack. Bäume, ich hab was zu essen dabei. Gut, die Erde ist jetzt ein bisschen sinnig, aber okay. Ich hab mir gedacht, ich geh heute mal ein bisschen spazieren. Weil heute auch ein schönes Wetter ist draußen. Ich mach dann eigentlich mal einen Weizen. Ah ja. Oh, er wächst vor sich hin. Ähm, ihr könnt mir mal einen Dip geben. Ihr könntet mal schreiben, ob der Don zu leise ist, oder ob das so okay ist. Weil... Ich hier einfach mal das testen wollte. Also, ich werde mal hier dieses Monster hier suchen. Was? Oh nein. Wo ist es? Oh nein! Ich hasse, ich hasse, ich hasse... oh nein ich hasse ehrlich gesagt lieber weil ich da nie weiß wenn expert die diese scheiß kriege wo ist jetzt dieses olle vielen hallo na ja so und das meine ich damit ich habe irgendwie na ist egal kein talent hier wo ist mein schwert na gut das schwert ist auch ein bisschen rar jetzt gewesen ich hab hier kein talent mit kriegern aber hier ist eine geile hülle oder was meint ihr kein mob mehr zugange bin ich jetzt rein moment ja also wie gesagt ich glaube ich habe mir mal bitte ob der don zu leise ist weil ich habe jetzt so befürchtet im letzten video wo ist denn der aufgang hier ah hier vorne dass der don zu leise war ich bin mir eben nicht mehr sicher wie das war also es wäre ganz toll mal so ein feedback von euch ob ich hier was an dem don ändern muss wird mich freuen wenn ihr mir mal ein feedback gebt hier so kommen wir wieder bei gelegenheit haha so jawoll hier ist auf alle fälle wieder bei gelegenheit ein monster drin auf alle fälle so morgen spiele deutschland gegen wem jetzt noch mal weiß ich jetzt wirklich ehrlich gesagt nicht egal morgen das 17.6 spiel deutschland und wir wünschen den deutschland viel glück natürlich ne schau mal jetzt habe ich hier keine scherer dabei gehabt aber was soll es hier sind ja auch so viele mops unter mir da muss ich jetzt mal ich muss jetzt einfach mal moment und guck mal wo dieses olle mob hier 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 wo das näher kommt weil ich finde gerade oeisen ein bisschen action sollten wir mal wieder ein bisschen haben ich meine ich war zwar jetzt lange nicht mehr da aber action ist immer gut ich komme mich hier hoch ey naja freilich habe genug dirt dabei ok jetzt heizt es erde oh diese geräusche diese geräusche immer hier geht es mal hier lang so ha coole coole ganz wichtig Für diesen weiteren Weg hier Ist immer coole ganz gut Fackeln und so, wisst ihr Aber okay, ich habe kein Holz dabei Oh, hier sind aber jetzt viele Mops Ey, oh wow Fuck, 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 wo sind die? Ich würde gerne mal wieder so einen Ja, ist gut, so einen Sparmer finden wollen Ich bin ja jetzt schon hier ziemlich Ist es schon dunkel oben oder was? Ziemlich dicht hier Irgend so was Also ich hoffe, ich finde wieder Nach Hause Ich mache euch gleich ein bisschen Licht an Moment Okay, hier wäre Fackel ganz cool Dass ich diesen Weg wieder nach oben finde Hier Übrigens wollte ich alle grüßen im Ja, Vogtland Vogtland, auf alle Fälle Vogtland Geht das eigentlich mit dem F3 noch? Oder ist, nee, es geht nicht mehr, ne? Hat sich irgendwie verabschiedet hier, ne? Wenn ich jetzt hier so Sieht mein Seed, okay Aber wisst ihr, dass ich mich nicht so schnuppe Wie mein Seed seht Hier wäre ein Monster Ja, ich bin jetzt alle im Vogtland Oh, das Mob wird aber deutlich lauter hier, ne? Oh, wow, 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 wow Oh, hier ist es Oh, wow, wow, wow Komm her, du Komm her, du Ja, haut der ab Haut der ab, ne? Ey, ich krieg ihn in zu viel Ich geh jetzt hier rein Ich hoffe, dass ich hier jetzt mal Komm her, du Mob In Sparmer finde Okay, ich hab dieses olle F4 gekillt Ich leuchte das mal alles ein bisschen aus hier Oh, das ist Eisen, nehmen wir später mit Eine riesen... Oh, nein! Oh, was ist denn jetzt los hier? Ein Skelett, wo ist es? Komm her, du blöde Skelett Also ich hasse Skelette und Creeper Aber Creeper am meisten Oh, ich seh grad Dass meine Dass meine, ähm, Fackelrade Ein bisschen rar wird langsam Uh, alter Schwede, ey Jetzt hab ich echt ein bisschen Schiss hier Ich hab nämlich ein Bischen wenig Fackeln mitgenommen, ey Shit, ey, shit Ist ein bisschen Blöd geplant Also Eisen gibt's jedenfalls hier genug Oh, hier oben geht's wieder raus Oder wartet mal, nee Moment Haben wir gleich Juhu Hier geht's lang Moment, ich mach gleich Ein bisschen ein Licht Zack Ja, jedenfalls Oh Oh, hier ist eine riesen Höhle, ey Habe ich, ähm Uh Mir ein neues Auto gekauft Das hole ich bald ab Ist ein gebrauchtes Aber Oh, ist doch schon dunkel Aber es ist Stop Ja, wo bin ich denn hier Hätte ich mir da auch im Weg Sparen können Ähm Hm, hm 179 Meter entfernt Juhu Juhu Jedenfalls Das Auto Hol ich bald ab Ein Chefrolä Ne, oder Chefrolä Wie sagt man da Wo er da um Ich sag mir ja Jetzt nichts falsches Dass die Marge Irgendwie kacke ist Oder sonstiges Ich hab noch nie Chefrolä Ich werd's herausfinden Ob die Marge Gut ist oder nicht Okay Sowohl's haben wir nicht Aber cool Nicht toll Ähm Ja Es sieht ganz sportlich aus Ist Irgendwann eine Spinne Ich lass mich mal Grieber Ich würd sagen Ich geh mal nach oben Und hol ein bisschen Holz Ich muss mal Einen Weg irgendwie Hier mehr Markieren Das ist eine Geile Höhle hier Eine echt Geile Höhle Ja Also jedenfalls Ein Chefrolä Oder Chefrolä Hab ich dann bald Oh ja Und Oh jetzt hab ich's weggehauen Au Au Hund Was ist mit dir Lips Hinter mir Wo ein Grieber Das hab ich jetzt Gar nicht gemerkt Ey Wo kommt denn Dieser scheiß Grieber Her Haben wir noch Ähm Einmal M hier Einen Wegpoint Ähm Warte mal Wegpoint Add Ich geb jetzt Einfach mal hier Ähm Hellpunkt Ein Weil ich Da dann Wo ist denn das Wieder mal hergehe Und kann das Wieder löschen Bei Gelegenheit Ich geh erstmal Nach hause Schnell Ich hab echt Nur noch Eine Fackel Oh Es sind so viele So viele Grieber hier Scheiß Grieber Ey Doc Was ist mit dir Alles gut Jo Wie gesagt Neues Auto Bald Schauen wir mal Bei mein altes Auto Ich hab ein Opel Corsa Ey da hat so viele Mängel zur Zeit Ey da hätte ich Jetzt echt Sau viel Reingesteckt Und hab ich Jetzt Ich Keinen Bock mehr drauf Schicken Komm Schicken Gut Alles Cool Ja Jedenfalls Hätte ich Jetzt Warum ist Ich bin ja Verschruggen Hm Glück gehabt Hätte ich jetzt Viel mehr Geld Reingesteckt Was Was Jetzt Das Auto Noch wert Wäre Ich meine Jetzt Zehn Jahre Alt Aber Es ist Kein Alter Ne Wenn man so Sieht Aber Ich Teuer Ist Eigentlich Ganz Gut Schauen wir mal Er ist ein bisschen flott Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen an das flotte glaube ich Geht er eigentlich mein Doomanii-Teams noch Ach ja weiß gut Das sind cool Also 101BS ne Ich hab jetzt erst Irgendwas Beschießt mich hier Ich find's nicht egal Also ich hab jetzt fast 60 ca Und jetzt auf einmal 101 Oh da muss ich echt aufpassen ey Es geht ab wie Kanone ne Hier ist er Hier ist er Oh Mist Kerl du Oh ist mein Leben ist aber ein bisschen roh ne muss ich sagen Oh das war aber sehr knapp Komm noch ein Brot hier Komm es Ist denn da nicht mehr Achso weil ich voll bin Oh ich hoffe es kommt ja nix ey Jetzt stehe Doch ein bisschen ungünstig Naja Jedenfalls hol ich bald Und lass mich mir überraschen ne Morgen spielen die Deutschen Wir hoffen die gewinnen Ich bin eigentlich richtig hier Ah ja Und Sehen wir mal Ich guck mal die Spiele morgen an Weil ich hab morgen wieder frei Ich hab jetzt die ganze Zeit Nachtdienst War nicht so schön Immer nachts zu arbeiten Aber okay was soll's Au 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 Und jetzt hab ich heute dann Hier doch mal frei Entschuldigung Ich war jetzt eben hier was schwarzes hier drin Bin ich das getäuscht Na ja Jedenfalls Hab ich mir gedacht Ich mach heute mal eine Folge Okay Und da hab ich jetzt diese Folge So ein bisschen Fleisch Ein bisschen Kohle Ein bisschen Eisen Ein bisschen Fleisch Ein bisschen das Und dies und das Ich muss mal ein paar Fackeln machen Steine Können wir ja bei der Gelegenheit Wieder mal dahin gehen Zu dem dollen Zu dem dollen Na Hülle halt Hülle 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 Oh fuck Shit Shit Ich hab irgendwie Ach was ist denn jetzt der Mensch Moment Hier haben wir sie ja Ich muss mich mal ein bisschen Konzentrieren Jetzt hab ich es Jetzt hab ich Ein bisschen viel die Fackeln Aber okay Ey hier hausen Ist was los Ey gut Dass ich hier Ein Lichtl hab Ein No-Skeletz Also entweder wir bauen Nächstes Mal die Hülle hier weiter Oder Wir Machen hier diese Hülle weiter Also diese Hülle 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 Die ich entdeckt habe Oder Ich tue mal hier die Fackeln Ein paar reinhauen Oder mal Ich hab mir gedacht Ich hab auch Skyblock Vielleicht mal Ein paar Folgen Skyblock Wäre auch mal eine Idee Wurde ich mal schauen Ihr könnt ja auch mal schreiben Was ihr ganz wünscht Ähm Jo Ich mach das dann Wenn wir das Skyblock Oder hier weiter Oder mal ein normales wieder Schreibt halt mal Und wenn ihr nicht schreibt Habt ihr Bäsch Ich mach dann einfach Also wünsche euch noch einen schönen Abend Und tschüss Haut herinnen Moment Ich muss mich in Bettel legen Good night Tschüss Tschüss